Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich sterbe. Ich sterbe. Was war das? Achso, ich bin ja schon hier. Stell du dich mal auf die Brücke. Die wackelt aber nicht oder so. Was geht für meine Leiche? Du wichst so. Jetzt fliegt er zwei. Together. Die ziehen späte so an. Fuck. Festgedrehter Kaugummi. Festgedrehter Kaugummi. WTF? Wollen wir dann langsam... Ja ist ja okay. Ich höre schon oft mit dem Minispiele. Du wichst. Du wichst. Jetzt bewegt sich die Brücke. Du wichst. Ich geh nicht so schnell. Ich geh mit meinem Hut ab. Jetzt hängen die Brücke anders an. Ich geh mit meinem Hut ab. Wackelt der auch so? Ja wie wenn er gefesselt ist. Aber du stehst bei mir. Hä? WTF? Die flippt übel stark stark stark. Jetzt ist er wieder stecken geblieben. Nee doch nicht. Doch. Du wichst. Du wichst. Du wichst. Du wichst. Die Frise. Du wichst. Du wichst. Du wichst. Du wichst. Vielen Dank.